Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Weiter geht's. Wo genau bin ich hier? Ah, hier bin ich. Heißt, mein nächstes Ziel... ...ist dieser Funktur... ...der ist mein Ziel. Weiter, weiter, weiter. Ähm, wie fahre ich jetzt am besten? Am besten, ich dreh um. Ja. Ein Tiger, okay, aber der kann mich ja... ...nix tun im Wagen. Warum ist hier ein Shop? Und weiter. Mit dem Wagen dahin zu kommen ist allem wesentlich angenehmer. Oh! Ja, das ist die richtige Richtung. Loser Beifahren. Ich fahre an den einfach weg. Jetzt wird er hier wahrscheinlich hoch. Was mit dem Wagen ja schon mal nicht so einfach ist. Äh. Äh. Nein. Wow, 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 wow. Nicht runterfallen, bitte. Ich höre Bären. Und ich höre Gegner. Wo bist du? Ich hab da einen Kopf gesehen. Man sollte den Kopf nicht so weit rausstrecken. K-Kletter! K-Kletter! Immer weiter rauf, rauf, rauf. Gucken, ob auch keine Kiste versteckt ist. Hier ist die kurze Leiter gewesen. Na. Da, klettern. Da war Muni. Da ist Medipack. Da muss ich hoch. war das gerade eine Mücke gewesen? Nicht gerade... Nein, nicht gerade nerven. Oh, das ist einfach nur ein Guckereiz. Rauf hier. Und schon bin ich... Ah, das ist die letzte Etage. Jetzt. Ah, hier ist die Kiste. Ah. Ah, wir in der Prüfung von Rakyat. Ja, da ist sie ja. Da sehe ich sie doch. Hier sind zwei. Außenposten. Acht von 18. Acht von 18. Ich glaube, daran bin ich vorbeigefahren. Tschüssi, Kosti. Ich nehme den Wagen. Na. Genau, dann juckst du mich in der Nase. Wenn ich losfahren will. Einfach mal überfahren. Ja. Konnte bin ich doch immer hinterher. No. Tut er nicht. Was gut ist. Da unten muss ich hin. Ein Scharf schützt er mal wieder. Ich sehe zwei. Ich sehe jetzt zwei. Alarm. Teile. Was mich stört, ist dieser Sniper. Wir müssen auf jeden Fall daran hindern, dass der mich sieht. Und dann sind da noch welche am Dock. Achtung. 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 Ich nicht. Feuer. Feuer. Haben die mich fast gesehen. Das kannst du doch. Verfluchte Scheiße. Ich drücke doch. Ich glaube, ich brauche ein anderes Kaliber. Zwei auf einmal. Oh, hier brennt alles nieder. Das war ein Kopfschuss. Zwar nicht entdeckt, zwar entdeckt, aber kein Alarm ausgelöst. Das ist zumindest etwas. Neue Rennliga? Da. Da ist auf jeden Fall eine Speicherkarte drin. Die Formation von unserem Plantagenbesitzer aus dem Jemen beschreiben das 8-jährige Wachstum der Pflanze bis zu dem Punkt, an dem sie kaufbare Blätter produziert. So wie ich versuche, deren Amphetaminartige Wirkung zu steigern. Absatzmärkte sind Afrika und der Mittelrosten. Wobei sich die meisten Produkte auf dem Markt nicht mit jemenischer Handarbeit messen können. Am vielversprechendsten scheint es, diese Droge mit anderen Substanzen zu mischen. Okay. Das waren nur bei 12. Noch eine Kiste. Einzigartige Waffen. Ich sollte nur Sachen verkaufen, vielleicht. Ich bin bewaffnet. Das schaffe ich schon. Um den Pfad des Kriegers weiter zu beschneiden, zieht ihr die Aufträge an der Aushangtapel an. Oh, die hat sogar Zoom. die Frage... Okay. Ich verzichte auf dieses Scharfschützengewehr. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Menschenfretter, hi! Och, nööööööö. Gottaaaaaah. Soll ich da rüberschwimmen? Da sind viele Haie. Ich sollte vielleicht doch ein Boot nehmen. Da ist schon wieder ein Hai. Wo ist dieser verdammte Hai? Okay. Wie erwischt man den am besten? Und welcher Hai ist der richtige? Wenn ich etwas hasse, ist das dann Hai jagen. Wo ist der Hai hinten? Wo ist dieser Hai? Okay. 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 Oh. Vor allen Dingen trifft man den nicht. Wo ist dieser blöde Hai? Beziehungsweise, warum kommt er nicht? Haiyak ist das Schlimmste, was man hier machen kann. Das Schlimmste. Vor allen Dingen, wenn es nachher hier noch keine Köder gibt. Wo ist er? Vor allen Dingen, wenn man nichts sieht. Ich muss irgendwo hingeschwommen sein, aber ich weiß nicht wo. Vor allen Dingen hat er mich ja eben gebissen. Vielleicht sollte ich mal Leute, ich gehe nicht ab. Ciao, j ast tego auch. Das ist toll. Da war ich schonінchig. Wissen Motivation es Ausatmen arial Ausatmen Bernstein gelbendes Blatt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ich mal bräuchte, wären spezielle Blätter Die sollen alle in der Hölle schworen, scheiß Piraten So So Jetzt wieder zur... Moment mal, ich hab ja auch noch ein Boot Ich hab ja auch noch ein Boot Ich hab ja auch noch ein Boot Da ist noch ein Hai Und ich treffe nie Wie soll man den Treffen mit Bogen? Wie hat man sich das gedacht? Man kann ja unter Wasser ja das nicht machen Man kann ja unter Wasser ja nicht schießen Ich hab ja auch noch ein Boot 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 Da ist er ja Ich hab ihn gefunden Ich hab ja auch noch ein Boot Heute ihn doch Hab ich ihn endlich? Endlich. Verdammter Menschenfresser. Hi. So, hier fehlen mir noch zwei. Hier nur ein. Fälle des Einhorns, okay. Muss meine Waffe jetzt wiederholen. Ich hoffe, der Familie geht gut. Was ich wieder ein bisschen bräuchte, wäre... Heilung. Zum Glück gibt es hier genügend grüne Pflanzen. Also, mehr ist nicht... Erreichbar. An Medizin. Weil ich hier schon verbraucht habe. Den Platz dafür. Durch was anderes. Das war nach jedem... Da ist auf jeden Fall wieder eine Sprecherkarte bei. Allerdings mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part. Wir sind hier im Moment. Das war das so gut. Das war das so gut. Vielen Dank.